Die nachfolgende Sendung widmet Ihnen Autoteile bleich in der Industriestraße in Eisenstadt. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Motor TV. Die Offroad-Gemeinde hat Grund zum Jubeln, denn eine Gelände-Ikone feiert ihren 65. Geburtstag. Die Rede ist vom Land Rover. Oder besser gesagt, vor 65 Jahren kletterte der Urahn des Defender zum ersten Mal durchs britische Dickicht und überzeugte damit von seiner Geländetauglichkeit. Bis heute hat sich daran nichts geändert. Land Rover steht noch immer für Gelände und vieles mehr. Kein Weg ist ihm zu weit, keine Aufgabe zu schwer. Und das seit 65 Jahren. Land Rover steht für moderne, hochwertige Geländewagen, die hohen Fahrkomfort auf der Strasse mit bester Geländetauglichkeit vereinen. Die Kombination aus Komfort, Design, Technik und der Eigenschaft, mit jedem Untergrund fertig zu werden, macht Land Rover zum unverwechselbaren Kassenschlager. Die insgesamt sechs Modellreihen des britischen Herstellers werden in 169 Ländern der Welt verkauft. Ihren Beginn fand die Erfolgsgeschichte von Land Rover 1948. In diesem Jahr wurde der Urvater des heutigen Defenders auf den Markt gebracht. Ursprünglich entwickelt für Landwirte, hat sich der Defender seither kaum verändert. Der kernige Klassiker besticht damals wie heute durch kantiges Design, gepaart mit robuster, beständiger Technik. 122 PS sitzen unter der Motorhaube der 4x4-Ikone. Die rostbeständige, leichte Aluminiumkarosserie, die kompakte Größe und die spartanische Ausstattung machen den Defender damit äusserst wendig und leistungsfähig. Er ist die perfekte Plattform für Outdoor-Einsätze und meistert selbst anspruchsvolle Transporte in unwegsames Gelände mit Bravour. Die achtenswerteste Teil am Rande, rund 70% aller seit 1948 gebauten Defender, sind nach wie vor auf den Strassen der Welt unterwegs. Dass auch die neueren Modelle, wie etwa hier der Discovery 4, mit extremen Geländesituationen genauso fertig werden wie der Urvater aller Land Rover, zeigt der direkte Vergleich. Beide Fahrzeuge sind im Gelände gleichwertig. Wobei für mich beim Defender das Abenteuerfeeling noch mehr hervorgerufen wird, der Discovery sicher der bequemere und komfortablerer ist. Das unverwechselbare, markante Land Rover-Design spiegelt sich im Discovery 4 wieder und wurde nur leicht abgeändert. Unter der Motorhaube sowie im Fahrgastraum hat allerdings moderne Automobiltechnik Einzug gehalten. Das Ergebnis, ein vielseitiger, alltagstauglicher Geländewagen mit einem hohen Maß an innovativer Technik, Komfort und Sicherheit. Der Discovery 4 ist ein Alleskönner. Der Discovery 4 ist auf jedem Terrain zu Hause. Im sogenannten Terrain-Response-System finden sich über 60 Jahre Offroad-Erfahrung. Dieses System stellt fünf Fahrprogramme zur Verfügung. Gewählt werden kann zwischen Asphalt und Gas, Schotter, Schnee, Schlamm oder Felsen. Das Terrain-Response-System im Discovery unterstützt den Fahrer, indem er sich mit den verschiedenen Programmen aufs jeweilige Gelände einstellt. Sprich, die Motorkarakteristik, das ABS, die Traktionskontrolle wird dann einfach im Ansprechverhalten verändert. Um Hindernisse einfacher überwinden zu können, kann dank Luftfederung zudem die Fahrzeughöhe um bis zu 12,5 cm angehoben werden. Obwohl mit dem Discovery 4 alles möglich ist, muss man nicht auf Komfort und modernste Technik verzichten. Auf der Straße überzeugt er durch beeindruckende Fahrdynamik und fortschrittliche Assistenzsysteme, die das Fahrerlebnis noch intensiver machen. Der Discovery 4 bietet alles, was man sich von einem modernen Fahrzeug erwartet. Vom Rundum-Kamera-System mit Einparkhilfe über Touchscreen und Bedienelemente am Lenkrad bis hin zur Start-Stop-Taste. Der hohe Komfort setzt sich im Innenraum fort. Hochwertige Materialien werden mit viel Liebe zum Detail verarbeitet. Die nach hinten ansteigenden Sitzreihen bieten Platz für bis zu 6 Personen und können unabhängig voneinander umgeklappt werden. Auch die zweiteilige Heckklappe erweist sich als äusserst praktisch. Selbst eine Nacht im Freien wird mit dem Discovery 4 zum Vergnügen. Der Discovery 4 bietet neben vier unterschiedlichen Ausführungsvarianten eine Auswahl an zwei 3-Liter-Dieselmotoren mit 211 und 265 PS Maximalleistung. Dank optimierter Einspritzung und weiteren technischen Massnahmen verbrauchen beide Varianten weniger Kraftstoff als die jeweiligen Vorgänger. Fazit, der Discovery 4 von Land Rover ist ein idealer Begleiter für alle, die sowohl im Gelände als auch auf der Straße nicht auf Leistung, Sicherheit und eine gehörige Portion Komfort verzichten möchten. Der Land Rover Discovery 4 und der Defender stehen jederzeit zum Probefahren bereit im hauseigenen Testgelände vom Land Rover Center Strauss in St. Michael im südlichen Burgenland. Bevor wir jetzt zu den aktuellen Modellen der Volkswagen Gruppe kommen, gibt es noch eine kurze Werbepause. Das ist mein Papa. Er kann Sachen, die sonst niemand kann. Er bringt mich zum Lachen, wenn er Quatschen mag. Er hat mich überall hin und verirrt sich nie. Mein Papa, mein Held. Toyota Zentrum Stifter in Marz Leihwagen Eisenstadt Leistung und Vielseitigkeit Effizienz und Komfort Qualitäten, die im neuen Hyundai iX35 perfekt zusammenfinden. Wir nennen es New Thinking Der Hyundai iX35 Schauen Sie genauer hin, Sie werden begeistert sein. Hyundai Jetzt bei Schwarz im Milchhof Denzel in Eisenstadt Dorma in Markt St. Martin Und Weber in Hochstraß Leihwagen Eisenstadt SMS vorlesen Die Rennstrecke ist geöffnet Niki anrufen Niki wird angerufen Rund um die Uhr in Verbindung Der neue Ford Fiesta mit Sync Sprachsteuerung Jetzt bei Fort Weintritt in Neusiedl am See und Eisenstadt Und Fort Strauss in St. Michael Jetzt neu Leihwagen Eisenstadt Für jede Gelegenheit der passende Wagen Anfragen und Infos auf www.leiwageneisenstadt.at Oder telefonisch unter 0650 777 0650 Jetzt bei Schwarz im Milchhof Denzel in Eisenstadt Dorma in Markt St. Martin Und Weber in Hochstraß Das derzeit sparsamste VW-Modell ist der City-Spezialist Eco ab Es setzt dank eines 68 PS starken, neu konzipierten 1 Liter Erdgas-Motors Bestwerte in Sachen Verbrauch und Emissionen Gespeichert wird das Erdgas im Bereich der Hinterachse Ohne dass dadurch das Kofferraumvolumen beeinträchtigt wird Bei einem Preis von aktuell etwa 1,1 Euro pro Kilogramm Erdgas Entstehen laut Hersteller pro 100 Kilometer Kraftstoffkosten von lediglich knapp über 3 Euro Günstiger geht es kaum Mit einem Grundpreis von 12.690 Euro Ist der Eco-Up zudem das günstigste Erdgas-Auto auf dem Markt Ab sofort startet Volkswagen in Österreich auch den Vorverkauf des neuen Jetta Hybrid Wer flott mit reichlich Gepäck und trotzdem sparsam unterwegs sein möchte Der sollte sich diese Limousine genauer ansehen Der neue VW Jetta Hybrid setzt auf einen kraftvollen Verbund Aus 150 PS TSI Benzin Direkteinspritzer und auf einen Elektromotor Wodurch 170 PS Systemleistung erreicht werden Bei einem laut Hersteller äusserst niedrigen Verbrauch von lediglich 4,1 Liter auf 100 Kilometer Fast 2 Millionen Golf GTI wurden bislang weltweit verkauft Jetzt startet die siebte Generation des GTI durch Es passt einfach alles Das sichere und knackige Fahrwerk Der agile und sparsame Motor Und das ebenso unverwechselbare wie zeitlose Design Das beliebte sportliche Kompaktklasse-Modell leistet jetzt mindestens 220 PS Mit weniger Motorleistung geben sich VW Caddy Country-Fahrer zufrieden Das Leistungsspektrum des auch als Eilrad erhältlichen beliebten Allrounders Das beginnt bei 102, endet bei 170 PS und beinhaltet auch eine besonders sparsame Erdgasvariante Der neue Caddy Country verfügt serienmäßig unter anderem über Klimaanlage, CD-Radio, Tempomat, dunkle Privacy-Verglasung der hinteren Fenster und der Heckscheibe, abgedunkelte Rückleuchten, eine silberfarbene Dachreling, zweifarbige Sitze und Lederlenkrad Der VW Amarok führt seit seinem Start im Jahr 2010 den Pick-up-Markt an Mit der Kombination aus Geländegängigkeit, Flexibilität und Zuverlässigkeit eroberte der in mehreren Varianten erhältliche Amarok seit seiner Markteinführung nicht nur die Herzen der Offroad-Fans Im kommenden Herbst kommt mit dem Amarok Kenyan eine weitere Variante dazu, serienmäßig unter anderem mit neu gestalteten, breiten 17 Zoll Leichtmetall-Fähigen, zweifärbig gestalteten Teilledersitzen, drei Speichen Lederlenkrad, zwei Zonen Klimaanlage, Tempomat und ein Winterpaket Vielen Dank, dass Sie bei der heutigen Ausgabe von MotorTV mit dabei waren Ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder Wie gewohnt hier auf SchauTV immer von Freitagabend bis Montagabend regelmäßig Danke fürs Zusehen, auf Wiedersehen Diese Sendung widmete Ihnen Autoteile Bleich in der Industriestraße in Eisenstadt